Der englische Hersteller Suckton baut seit den 80er Jahren hervorragend klingende Geräte. Mein erster Kontakt mit Suckton war damals ein kleiner Verstärker, der sehr abenteuerlich aussah. Man hatte das Gefühl, der wurde gerade in der Garage zusammengebaut. Zu der Zeit haben wir noch diese großen Receiver und Verstärker von Yamaha, Kenmo, Titachi, Denon und Onkyo verkauft und haben gedacht, okay, das ist das Maß der Dinge. Und dann kommt da so ein britischer Hersteller mit so einem Gerätchen daher, wo man denkt, naja, was soll das jetzt? Nachdem wir den angeschlossen haben, irgendwie hat er ja eigentlich so ziemlich allen Japanern das Fürchten gelehrt. Und dieser Klang ist halt bis heute erhalten geblieben. Was die Verarbeitung angeht, hat sich Suckton deutlich verbessert, also drastisch verbessert. Ist mit damals nicht mehr vergleichbar. Man hat wirklich eine exzellente Verarbeitung. Und was halt auch bis heute geblieben ist, ist dieser absolut natürliche Klang. Suckton ist einer der ersten oder Pioniere, was die Klass-A-Technik angeht. Eine Schaltungstechnik, die für ein sehr, sehr natürliches Klangbild sorgt. Und was ich Ihnen hier zeige, ist die Masterclass PA4 von Suckton, die Phonostufe. Eine absolut außergewöhnlich klingende Phonostufe. Wir bei LoftSound verkaufen ja sehr viel analog. Für uns ist Platte, Analog-Technik immer noch das Maß der Dinge. Und dazu passend natürlich halt auch ein Phono-Vorverstärker, das er auch entsprechend umsetzt. Ist nicht so einfach zu finden, auch wenn es noch bezahlbar bleiben soll. Und eine der wirklich wenigen Phonostufen, die mich die letzten Jahre total begeistert hat, ist halt diese PA4. Und sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können drei Tonabnehmer anschließen, drei Arme anschließen. Er hat also schaltbare zwei MC-Eingänge und einen MM-Eingang. Sodass man halt eben auch gleichzeitig mit mehreren Tonabnehmern, wenn der Plattenspieler das hergibt, hier auch arbeiten kann. Und wenn Sie eine Phonostufe suchen, die absolut überzeugend ist, aber noch einigermaßen im bezahlbaren Bereich liegt, dann lade ich Sie gerne dazu ein, sich die Suckton bei uns mal anzuhören.